Auf dem Genfer Automobilsalon 2024 feiert der Renault 5 seine Premiere. Bereits jetzt dreht die Alpine A290 Version davon seine Runden auf Schnee und Eis. Das finden wir heiß und begrüßen euch damit auf Electric Drive, eurem YouTube-Kanal zum gleichnamigen Magazin. Der bevorstehende Marktstart des vollelektrischen Alpine Kompaktsportlers A290 im Juni 2024 hat bereits jetzt die Aufmerksamkeit von Autofans und Technikbegeistern weltweit auf sich gezogen. Doch was steckt wirklich hinter dem Versprechen des Herstellers und wie schneidet der A290 im Vergleich zu seinen Wettbewerbern ab? Das können wir heute noch nicht klären, aber es fällt auf, dass Alpine keine Mühen scheut, um die Zuverlässigkeit und Performance des A290 unter den härtesten Bedingungen zu testen. Die Fahrtests nahe des Polarkreises bei Temperaturen von bis zu minus 30 Grad Celsius sind nicht nur eine Demonstration technischer Expertise, sondern auch ein Bekenntnis zur Qualität. Doch stellt sich die Frage, inwieweit diese extremen Testbedingungen für den durchschnittlichen Nutzer relevant sind. Während es zweifellos beeindruckend ist, dass ein Fahrzeug unter solchen Bedingungen funktioniert, leben die meisten Fahrer in gemäßigteren Klimazonen. Wie verhält sich der A290 unter normalen Bedingungen im Vergleich zu etablierten Elektrofahrzeugen? Wie schnell lädt er auch bei eiskalten Temperaturen? Wie hoch ist der Verbrauch? Alles Fragen, die wir heute noch nicht beantworten können. Philippe Grief, CEO von Alpine, betont die Bedeutung der Winterentwicklungsphase für die Allwettertauglichkeit des A290. Alpine legt großen Wert auf die dynamische Performance, einschließlich Motoransprechverhalten, Fahrpräzision und Agilität. Diese Merkmale sind essentiell für einen Sportwagen, aber wie sieht es aus um die Energieeffizienz und Reichweite, zwei Schlüsselfaktoren für Elektrofahrzeuge? Die technische Ausstattung des A290, darunter natürlich eine Heizung, die Scheibenbelüftung und Enteisung, sowie ESP-Funktion bei Schnee, wird umfassend getestet. Diese Elemente sind unerlässlich für die Sicherheit und den Komfort bei Winterfahrten. Die Enthüllung der endgültigen Karosserieabmessung, zu dem kommen wir gleich noch, des Prototyps und das exklusive Sportlenkrad mit Funktionen, die der Formel 1 entlehnt sind, weisen auf eine starke Motorsport-DNA hin. Diese Elemente sind beeindruckend, aber es bleibt abzuwarten, wie sie den Alltagsgebrauch und die Fahrerfahrung beeinflussen. Die Partnerschaft zwischen Alpine und Michelin bei der Reifenentwicklung, insbesondere der speziellen 19-Zoll-Reifen für die A290, spricht für eine maßgeschneiderte Abstimmung von Fahrzeug und Bereifung. Abschließend lässt sich sagen, dass der Alpine A290 zweifellos ein ambitioniertes Projekt ist, das in vielen Bereichen beeindrucken könnte. Und das bringt uns nun zu den harten Alpine A290-Fakten, die wir bereits heute für euch haben. Der neue Alpine A290 wird 3,99 Meter lang, 1,82 Meter breit, 1,52 Meter hoch sein und über einen Raststand von 2,53 Meter verfügen. Wir sind gespannt auf weitere technische Daten und Enthüllungen und spielen daher die Häppchen-Politik weiter brav mit. Wenn ihr auch auf dem Laufenden bleiben wollt, dann hinterlasst doch gerne ein kostenloses Abo hier auf YouTube. Bis zum nächsten Video. Liebe Grüße aus der Electric Drive-Redaktion. Euer Jens. Ciao. Uf! Forestet. Ufu! Ufa! 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 Untertitelung des ZDF, 2020